Ey, yo, yo, Sonntagsvlog, Rest der Woche alles wußt, weil Sonntag normaler Vlog-Tag ist. Sonntagsvlog-Tag, 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 Ich nenn's einfach WAMS. Hallo und herzlich willkommen zu WAMS Nummer 42. Wie ihr seht, in einem neuen Gewand. Ich habe ein neues Layout, welches ich mir nicht selber gemacht habe. Denn ich habe ja schon die letzten Wochen irgendwann mal angesprochen, ich glaube, könnte sogar Monate her sein, dass ich ein neues Layout haben will. Aber irgendwie fehlt mir da auch die Muße, etwas zu machen, weil ich bin auf diesem Gebiet auch nicht so wirklich begabt. Also Bildbearbeitung ist nicht so meins. Sprich, ich habe da so ein Programm und damit kann ich das Nötigste machen. Aber ich sage mal, sieht alles irgendwie immer scheiße aus. Und es gibt natürlich auch gute Programme, die nichts kosten, so wie GIMP zum Beispiel. GIMP soll ja auch ein gutes Programm sein. Habe ich mich bisher noch nicht reingefuchst. Ich habe einmal probiert, da irgendwas mitzumachen und ging auch mehr schlecht als recht. Und dann ist mir der Kragen geplatzt und dann habe ich es nicht mehr aufprobiert. Aber was ich sagen wollte, ich habe ein neues Layout, denn ich habe mal in meine Nachrichten bei YouTube geguckt. Gut, das mache ich jetzt häufiger mal, weil durch das Malheur, was mir da mit DVD Madness passiert ist, mit seinem, wie viele Abos hat er? 1.000? 500? Ne, wie viele hat er denn? 1.500? 2.000? Ich habe keine Ahnung. Dieses Special, was er da gemacht hat, wo er mich auch gefragt hat, sag mal, willst du so einen kleinen Clip beisteuern? Hätte ich gerne gemacht, aber mir wurde die Nachricht ja nicht angezeigt. Und durch dieses Problem, was ich da hatte, dass mir es nicht angezeigt wurde, wird immer noch nicht angezeigt. Also bei YouTube wird nichts angezeigt, dass ich eine Nachricht habe. Da müsste ich in meinen E-Mail-Ordner gehen, von der E-Mail, die ich da bei YouTube angegeben habe. Und da gucke ich jetzt öfter mal hin. Und dann stand da, wie heißt er, sie, ich weiß gar nicht, ob es ein er oder eine sie ist, keine Ahnung. Janeber oder Janeber hat mir eine Mail geschickt und meinte, er oder sie hat sich mal herangesetzt, weil er Zeit hatte oder sie Zeit hatte. Und hat eine neue Layout-Maske für den WAMS erstellt, was mich wirklich überrascht hat, weil erstens wollte ich ja eh eine neue Layout-Maske haben und das kommt mir sehr gelegen. Und zweitens, dass sich wirklich jemand ransetzt und für so ein Format wie den WAMS eine neue Layout-Maske erstellt. Das finde ich wirklich super. Also ich habe mich echt gefreut und freue mich immer noch. Und jetzt ist es ja so, ihr seht es ja, wie es aufgebaut ist. Ich muss selbst erst mal überlegen. Hier vorne ist ja das Bild, dann ist da das Abo, der Abo-Button. Und hier auf der Seite ist ja so eine freie Fläche. Und da habe ich jetzt überlegt, was machst du damit, weil ich habe keine Lust mehr Annoncen in dem WAMS aufzunehmen, weil erstens meldet sich eh keiner, zweitens ist das immer eine ziemliche Scheiß-Arbeit, sich da irgendwas Lustiges zu überlegen, erst mal zu gucken, das Video, was fällt mir dazu ein. Es sieht vielleicht ein bisschen dilettantisch aus, was ich hier mache, aber ich mache mir trotzdem so meine Gedanken. Und ich sage mal, da sich eh kein Schwein meldet, eine Annonce hier in dem WAMS haben zu wollen, okay, zumindest nicht viele, letztens hat sich ja Jenny gemeldet, sie wollte eine Annonce haben und davor monatelang nichts, jetzt auch nicht. Und ich denke, okay, die Annoncen können ja weg. Jetzt seht ihr unten so eine Laufschrift, wo da aktuell asoziale Anlässe oder so steht. Und da ist so ein kleiner Lauftext, den ich immer mal wieder einblende von den Leuten, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Das werden sowieso immer dieselben Verdächtigen sein, einmal Mike, einmal Malo, einmal Hermann. Eventuell auch noch, was ich so gemacht habe, weiß ich nicht. Der Vomitus Rectalis wird auch sicherlich einen Stammplatz da drin haben, eventuell mal der Fisch ist und so weiter und so fort. Also so die üblichen Verdächtigen, der Kreis, in dem man sich so bewegt. Wenn mir jetzt irgendwas anderes mal auffällt, was ich schauen sollte von irgendeinem anderen YouTuber, wird es da unten auch stehen. Aber es sind halt keine Annoncen mit irgendwelchen Links. Wenn ihr wissen wollt, was der YouTuber macht, über den ich da unten schreibe, müsst ihr euch selbst mal bemühen. In der heutigen Zeit, wo dann alles vorgesetzt wird und man YouTube guckt und dann denkt so, okay, da steht was. Ich klicke da rauf, da ist gar kein Link. Och, ich will das gar nicht sehen. Dann kann es ja gar nicht so wichtig sein. Wenn ihr wissen wollt, was die Leute machen oder was ich überhaupt meine damit, was ich da unten geschrieben habe, müsst ihr schon euch selbst bemühen, diesen YouTuber zu finden. Aber ich denke mal, in dem Kreis, wie gesagt, in dem wir uns bewegen, kennt man sich untereinander und man weiß dann auch halbwegs, was gemeint ist. Oder es ist vielleicht ein kleiner Hinweis darauf, dass irgendjemand was Tolles gemacht hat. So viel dazu. Ich habe auch überlegt, das ganze Wochenende, also von Freitag an habe ich überlegt, jetzt mal den Wams drehen. Aber ich konnte mich nicht aufraffen und heute ist wieder Sonntag. Es ist gerade 2 Uhr und ich musste mir echt, ich sage mal, selbstständig in den Arsch treten, um mich ranzusetzen für den Wams. Ich habe in letzter Zeit irgendwie keine Lust mehr. Also Lust schon, aber keine Energie überhaupt was zu machen. Ich weiß nicht, ob es Frühjahrsdepressionen sind, Frühjahrsmüdigkeit, wie man es auch mal nennen will. Ich fühle mich zumindest so, als würde ich nichts mehr hinkriegen. Ganz schlimm. Und der Vomitus hat ja in seinem letzten Video Wasteland auch ein Gelübde gebrochen, wie er gesagt hat. Es ist so, dass er eigentlich unter der Woche nicht trinkt. Er hat Video Wasteland vorgedreht am Mittwoch und so getan, als wäre es heute am Sonntag hochgeladen worden. Ganz gewitzt, wie man das so machen kann mit YouTube. Und ich habe mein Gelübde auch gebrochen, kein Bier vor vier und es ist Sonntag um 14 Uhr und ich habe einen Schlosspilz auf. Export. Das hat ein paar Prozent mehr, ich glaube 0,3 und auch wieder in einer großen Dose. Die Kunst, ne? Vomitus. Die Kunst treibt einen doch wirklich in den Suff. Du auch bei Video Wasteland so, ich muss halt ein Bier trinken, ich dreh halt und bei mir ist es gerade genauso. Naja, so viel dazu. Was kann ich noch sagen? Ich habe es mir doch aufgeschrieben. Genau, das neue Layout. Genau, ich habe ja irgendwann mal vor zwei, drei Wochen gesagt, dass ich was zu Rebuy zurückschicken musste. Das hat sich da um Sons of Anarchy Staffel 2 gehandelt und um, wie hieß es nochmal, Singapore Sling. Der mir wiederum in so einer zurechtgeschnittenen M-Array-Hülle, beziehungsweise so einem zurechtgeschnittenen Cover in der M-Array-Hülle einfach zugeschickt wurde. So eine komplett zerstümmelte Optik, die ich da bekommen habe. Jetzt habe ich da die beiden Sachen zurückgeschickt und ich habe, glaube ich, ein Guthaben von, wie viel nochmal, 24 Euro, glaube ich, dürften so 24 Euro gewesen sein, auf meinem Rebuy-Konto gehabt. Und ich habe da ja, als ich es zurückgeschickt habe, angerufen, Leute, wie machen wir das? Ihr habt in der Beschreibung immer noch die Sons of Anarchy Staffel 2 im Digi-Pack und ich habe die M-Array bekommen. Ja, schickt das einfach zurück und wir haben hier noch welche vorrätig und wir schicken dir dann das richtige Exemplar zu. Ich also gemacht. Innerhalb von ein paar Tagen kam die E-Mail von Rebuy, ja, tut uns leid, wegen absoluter Überlastung unserer Rücknahmezentrale können wir das erst innerhalb von zwei bis drei Wochen beantworten. Nicht so geil. Nach zweieinhalb Wochen oder so nach zwei Wochen habe ich dann eine E-Mail bekommen, ja, die Retour ist jetzt bearbeitet worden und sie haben 24 Euro irgendwas auf ihr Guthaben-Konto bekommen. Da haben wir, wie? Ich habe dann mal geguckt und die bieten immer noch die Sons of Anarchy Staffel 2 im Digi-Pack an. Die haben immer gesagt, ist nicht vorrätig, wo ich mir denke, so, okay, irgendwas ist da jetzt grundlegend bei Rebuy schiefgelaufen. Scheißegal, ich werde irgendwann mal auf dem Flohmarkt etc. schauen, ob ich günstig die Sons of Anarchy Staffel 2 im Digi-Pack bekomme. Ich habe sie ja, es ist ja nicht wichtig. Es geht mir nur so um die Optik, damit das einigermaßen schön aussieht, weil es sieht schon ein wenig merkwürdig aus. Staffel 1 und 3, 4 und 5 im Digi-Pack und 2 nicht. Das sieht irgendwie doof aus. Aber da werde ich mich erst mal wann anders drum bemühen. Also wann gucke ich die nochmal? Erst mal gar nicht. Nur mir geht es irgendwie um die Optik. Ich will es irgendwie da nett aussehen, haben lassen, werden, gehabt haben, täten. Und naja, dann hatte ich halt mein Guthaben-Konto, gefüllt mit 24 Euro ein paar Zerquetschen. Und dann hatte ich an dem Tag, wo ich gedacht habe, okay, kauf dir mal irgendwas bei Rebuy. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Lass dir das Geld auszahlen. Ach, scheiß drauf. Kauf dir eh bei Rebuy und dann kann ich auch das Guthaben-Konto haben. Ganz gewitzt gemacht natürlich von Rebuy. Ist natürlich markttechnisch schon das Beste, was man machen kann. Dann hatte ich an dem Tag, wo ich geschaut habe, dreimal Kauf-Alarm. Habe ich mir die drei Dinge gekauft und gleichzeitig noch was anderes. Also ich habe jetzt irgendwie vier Filme, beziehungsweise vier Veröffentlichungen, vier Produkte, wie ich es immer sage, gekauft. Und das dürfte in den nächsten Tagen ankommen. Problem bei der Sache ist wieder, man kann sich das ja nicht aussuchen, ob es mit DHL oder mit Hermes geliefert wird. Und ich gucke da so, Sendungsverfolgung und was ist? Da geht so diese Hermes-Seite auf und ich so, oh nein, nicht schon wieder Hermes. Die haben das dann gestern so angepriesen, also am Samstag. Es ist in der Zustellung. So alles ist gut, es wurde übergeben und diese ganzen Punkte, die da abgehakt sind. Und es ist in der Zustellung. Um 9.30 Uhr wurde es am Samstag in den Laster geschmissen, wahrscheinlich bei Hermes. Und ich warte so den ganzen Tag zu Hause. Ja, wird schon kommen, wird schon kommen, wird schon kommen. Was kommt? Nicht? Hermes. Wahrscheinlich kommen die Montag. Die haben ja auch immer Zeiten. Teilweise kommen sie morgens um halb neun und teilweise kommen sie abends um acht. Also die Leute sind wirklich ganz schön beschissen dran. Letztens, als ich auf dem Weg zur Tanke war, habe ich auch mal einen kurzen Moment innegehalten, weil ich habe einen Hermes-Boten gesehen. Und dann habe ich so ihn zu seinem, naja, Laster ist es nicht. Das war ein Kombi, ein Privatkombi. Ich glaube, die haben noch Privatautos oder weiß das nicht, wo sie die Autos herhaben. Er macht so hinten den Kofferraum auf, also nicht so, sondern so. Und da habe ich so mal reingeluschert. Und dann sehe ich da so, da sind ein paar Pakete in der Ecke. Eins hing da so quer raus. Das musste er auffangen, damit es nicht rausfällt, weil es war nicht gesichert. Und dann habe ich mir so, was ist Hermes denn für ein Verein? Nein, die Internetseite sieht dann natürlich gut aus. Auch die Werbung, die sie machen, das sieht alles irgendwie aus, als würden sie es können. Aber wenn man mal die Mitarbeiter beobachtet, alter Schwede, ich muss einen Brief an Rebuy, an Hermes schreiben. Werde ich glaube ich auch mal machen. Ich darf natürlich jetzt keine Telefongespräche, der Vomitus hat es ja auch gesagt, der wollte immer bei Nestle anrufen. Wegen der Smarties Nährwerttabelle oder was das da war. Und ich glaube, ich muss auch mal bei Hermes anrufen. Und sagen, ich möchte nicht mehr, dass er mich beliefert, weil auch wenn Hermes jetzt Preisdumping betreiben sollte, was sie sicherlich betreiben, bin ich immer noch dafür, dass ich mir das aussuchen kann, wer es liefert. Weil wenn ich jetzt mehr Geld bezahlen sollte für den Transport und mir dann DHL aussuchen kann, wäre ich doch dabei. Warum wird mir ein günstiger Lieferant aufgezwungen, obwohl ich einen anderen haben will? DHL ist wirklich um Längen besser, haben natürlich auch ihre Fehler, aber um Längen besser als Hermes. Und ich finde, als Endkonsument müsste mir das auf jeden Fall aussuchen dürfen. Darf ich aber nicht. Bei Rebuy steht immer unten, der beste Logistikdienst wird für sie berechnet. So, ich habe mir das mal angeguckt an meiner Bestellhistorie. Damals war es immer DHL. Einmal vielleicht Hermes. Und die letzten drei Male war es jetzt glaube ich Hermes. Warum ist das auf einmal der bessere Logistikdienst für mich? Ich verstehe das nicht. Das muss mir mal einer erklären, warum der besser für mich ist. Also ich fühle mich da jetzt nicht besser mit Hermes. Nein, nein. Jo, das war es eigentlich auch schon, was ich so an Gossip sagen kann. Genau, habe ich schon gesagt, wie das mit der Maske jetzt ist. Dass ich das so Vomitus Rektale Style eventuell, wenn es mir nicht zu viel Aufwand ist, seht ihr hier vorne, wie bei ihm auch. Unten hat er ja diese Timeline, Film 1 bis 8 oder sowas. Und das ist eventuell hier auf der rechten, von euch aus gesehen linken Seite. Ja, links. Aber ich muss es so machen, ich muss es nach rechts zeigen. Und dann ist es bei euch links. Ist ja ganz komisch, ne? So mit rechts und links habe ich es ja nicht so. Wenn man es nicht mit rechts und links hat, dann geht man zur Wahl. Wo macht ihr denn das Kreuz? Rechts, links. Ich weiß es nicht. Die Mitte ist ja auch doof. Ich wähle nur Extremisten. Mal Kommunisten. Mal die Robbenklopperpartei. Dann wiederum die Sexisten. Auch wieder ganz gut. Und da mache ich mal so ein bisschen Understatement. Quatsch. Was rede ich denn hier? Naja, zumindest wollte ich das so machen, dass hier jetzt auch so eine kleine Timeline ist. Mit Film 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 1. Heute sind es ein paar mehr. Deswegen muss ich mich mal auch ranhalten. Ich trinke nochmal einen Schluck. Also Bier so am Sonntagnachmittag trinken. Heidewitzka. Was ist das schön? Wo bin ich denn jetzt? Oh Gott. Schon 13 Minuten. Ich muss mich echt ranhalten. So, dann mal irgendwie ganz schnell abarbeiten, was ich gesehen habe. Ich habe mir South Park zugelegt und ich bin jetzt im South Park Fieber. Ich habe mir jetzt komplett angeguckt South Park Staffel 1 und South Park Staffel 2. Kann man wirklich sehr, sehr gut hintereinander wegsuchten. Mein Tipp an euch. Ich erkläre jetzt nicht, was South Park ist. Jeder kennt das ja. Mein Tipp an euch. Schaut es auf jeden Fall im Englischen. Und ich werde jetzt nicht meine Cartman Impression machen. Da musste am Freitag schon ganz YouTube asozial in der WhatsApp Gruppe drunter leiden. Und ich war noch mit Marlo und mit Mike in einer Skype Konferenz, wo ich auch, ich sag mal, leicht angesäuselt war. Da habe ich, glaube ich, auch die ganze Zeit den Cartman gemacht. Und ich werde ihn jetzt nicht machen. Nein, nein. So viel Anstand muss man auf jeden Fall haben. Zumindest kann ich euch sagen, es gibt da eine Folge. Also Staffel 1 und 2 sind noch, ich sag mal, etwas harmloser als Staffel 3, die ich auch habe. Und jetzt gerade, ich glaube, vier oder sechs Folgen habe ich schon gesehen. Also die erste DVD habe ich durch. Und da sind sie schon ein wenig global politischer und korrekter. In den ersten Folgen ist es immer so, ja, es ist schon bissig, aber noch nicht so der globale Rundumschlag, den sie in den späteren Folgen machen. Zumindest gibt es da eine Folge, wo ich glaube, Kyle der Quarterback seiner Football-Mannschaft ist. Und die müssen gegen das andere Team aus dem Nachbardorf spielen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt irgendwie North Park ist. Keine Ahnung. Zumindest müssen die gegen so ein anderes Football-Spiel spielen. Und da habe ich mal so ein bisschen in der Synchro hin und her geswitcht. In Deutsch, ich weiß gar nicht, was die da sagen. Irgendwie so ein dummer Witz, sogar gesprochen von Wiegald Boning. Da hat damals auch teilweise die Synchro mitgemacht von South Park. Richtig dumm. Also so ein richtig dummer Witz. Ich kann das nicht mehr genau sagen, was er gesagt hat. Zumindest läuft Kyle, er ist ja Jude, läuft da so ganz schnell und macht einen Punkt. Die wollten unbedingt einen Punkt machen, weil die haben immer haushoch verloren. Und das Ziel war nicht, wir wollen gewinnen, wir wollen wenigstens einen Punkt. Einen Punkt gegen diese Mannschaft machen. Haben sie gemacht und alles wird groß gefeiert. Und dann kam der Spruch. Wiegald Boning gesagt, so schnell habe ich noch nie ein Kind laufen sehen, außer es muss irgendwie Pipi machen. Oder irgendwie sowas. So ungefähr. Und im Englischen sagt er, also ich sage es jetzt nicht auf Englisch, ich sage es mal auf Deutsch. So schnell habe ich lange keinen Juden mehr laufen sehen, seit 1938. Irgendwie sowas. Also es ist ja irgendwo nicht witzig. Aber andererseits, South Park darf das machen. Und da seht ihr mal den Unterschied zwischen der Englischen und der Deutschen Synchro. Die Deutschen dürfen das teilweise, glaube ich, gar nicht. Aufgrund der Geschichte würden alle sagen, oh, was habt ihr denn gemacht? Nein, da muss alles immer entschärft werden. Aber in Englisch? Wunderbar. Es ist teilweise ein bisschen schwer zu verstehen, weil die halt recht nuschelig reden. Zumindest Cartman. Und auch, weil sie so schnell reden. Ich habe mir natürlich immer noch erlaubt, die Untertitel anzumachen, weil wenn ich irgendwas nicht verstehe, kann ich runtergucken. Problem bei der Sache ist, das sind solche Fetzen von Untertiteln. Also richtig groß. Nervt mich ein bisschen. Hätte man noch kleiner gestalten können. Aber, ja, zur Sicherheit, damit ich auch alles verstehe, was South Park mir zu sagen hat, Untertitel. South Park, kuh ich zumindest derzeit, ist geil. Dann habe ich gesehen, oh Gott, oh Gott, ja, den habe ich auch gesehen. Blood Runs Cold ist ein schwedischer Slasher-Horror-Film. Geht nur 77 Minuten. Das ist das Positive. Das Negative ist, die 77 Minuten kommen mir vor wie zwei Stunden. Das Film ist so scheiße. Also zum Anfang dachte ich, okay, das kann noch was werden. Aber es wurde nichts. Es geht darum, dass eine junge Frau irgendwo zum Arsch der Welt fährt, in so eine kleine verschneite Hütte. Das ist auch ein positiver Aspekt, dass das ein Film im Schnee ist. Aber das kann trotzdem nicht drüber hinwegtäuschen, dass es einfach ein schlechter Film ist. Also die junge Frau fährt da hin, weil sie sich irgendwie mal ausruhen möchte. Dann fährt sie, weil sie einen trinken möchte, in irgendwie so eine Kneipe. Na, Kneipe ist auch übertrieben. Das ist irgendwie so eine asoziale Scheiß-Spelunke in der Wallachei. Trinkt da ein bisschen was. Dann sieht sie ihren Ex-Freund. Und der Ex-Freund ist mit seinem Kumpel bzw. Arbeitskollegen und seiner Freundin auch da. Die fahren also alle in die Hütte. Und dann geht's los. Ja, was geht da eigentlich los? Also irgendwie ist da so ein Heini. So ein komisch verkleideter Heini in dem Haus mit drin. So. Und dann bringt er die Leute um. Und der Film lebt, was heißt lebt? Und also der Film genießt es, Jumpscares zu inszenieren. Boom, da ist ein Geräusch. Haha, Musik. Boom, da ist irgendwas. Haha. Und ich denke mir so, okay. Beim ersten Jumpscare, huh, da passiert irgendwas. Nee, passiert nichts. Beim zweiten auch schon nicht mehr so toll. Beim dritten dachte ich mir, oh Gott, bitte. Wollen die vielleicht mal irgendwie was anderes außer diese verfickten Jumpscares machen? Das Einzige, was so ein bisschen Unbehagen bei mir hervorgerufen hat, war, als der Typ draußen gepinkelt hat, vor der Hütte. Die haben irgendwie anscheinend keine Toilette. Jeder hat irgendwie draußen vor der Tür gepinkelt. Er pinkelt dann also, guckt so unten, sitzen so seine Freunde, guckt in den ersten Stock. Und dann ist da dieser Typ, ne? Guckt aus dem Fenster raus. Na, huh, was ist denn da los? Okay, ist ja auch egal. Geht wieder rein. Sagt natürlich nichts. Da oben steht vielleicht jemand. Wollen wir mal nachgucken? Nein. Oh, ja, wir wollen hier übernachten. Okay, lass hier übernachten. Oh, nein, ich kann nicht mit meiner Ex-Freundin ficken. Oh, doch, das kannst du. Ja, echt? Und so. Naja, zumindest muss ich ganz ehrlich sagen, den Film kann man am besten beschreiben mit Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu. Weil die Frau, die am Schluss überlebt, rennt durch dieses Haus und das Haus hat immer so kleine Räume, Tür, kleinen Raum, Tür und dann gehst du wieder da rum, da und da. Die rennt und 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 versteckt sich in dem Haus. Und den Schluss habe ich auch gar nicht mehr so wirklich miterlebt, aber... Naja, ich frage mich die ganze Zeit, was ist das für ein Heini? Weil der bringt die Leute um und isst sie und kann auch nicht getötet werden. Ja, aber warum nicht? Ich will sowas wissen. Naja, ich kann den Film zumindest nicht empfehlen. Er ist zwar bemüht, so wie Marlo das auch in seinem Update gesagt hat, der Film hat glaube ich nur 5000 Euro Budget gehabt. Ja, ich kann mal noch sagen, das Budget hätten sie auch für einen guten Film ausgeben können. Haben sie aber irgendwie nicht gemacht und deswegen kommt der Film glaube ich auch bald wieder weg. Blood Runs Cold ist nicht meins. Kommen wir zu einer Filmreihe, beziehungsweise einem Film aus den 70ern, aus dem Jahre 78 und dem Remake und dem zweiten Teil. Habe ich mir auch letztens gekauft. Es ist I Spit on Your Grave. Obwohl der Film eine schockierende Thematik hat, muss ich sagen, es sind trotzdem gute Filme. Der erste Teil, das Original ist gut, meiner Meinung nach. Die Hauptdarstellerin kann das Leid, was ihr angetan wird, wunderbar rüberbringen. Es geht nämlich darum, dass eine junge Frau, sie ist Schriftstellerin, auch an den Arsch der Welt fährt. Der Arsch der Welt ist im Horrorfilm-Genre natürlich immer ein beliebtes Ziel, wo man hinfahren kann, weil da hilft einem ja keiner. Fährt also an den Arsch der Welt, um etwas zu schreiben. Dann sind da so vier so eine Heinis. Einer von denen ist so ein bisschen geistig behindert. Der ist so der Essenslieferant. Die anderen drei arbeiten, beziehungsweise eine arbeitet an der Tankstelle und die anderen beiden sind arbeitslose Rednecks, so einer Art. Der Lieferant sagt, oh, die sieht so geil aus und haha, toll, das ist genauso mein Ding von Frau. Ja, und dann gehen sie los und vergewaltigen die Frau. Und das nicht nur einmal. Die Frau wird durch ein Sumpfgebiet gejagt und es ist wirklich eine Tortur, die ihr angetan wird und das Ganze dauert Pi mal Daumen wirklich eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Und ich denke mir so, okay, es ist schon richtig derbe, das Thema bloß. Der Film hat natürlich eine 70er-Jahre-Optik und in den 70er-Jahren haben sie natürlich noch nicht so, ich sag mal, plastisch das dargestellt, was sie heute plastisch darstellen. Sprich, das Blut sieht auch ein bisschen, ich sag mal, nach Tomatensauce aus. Aber trotzdem, es ist ein schockierender Film und ich muss sagen, fürs Jahre 78, wo die Frauenrechte auch noch nicht so ausgearbeitet waren, wie sie heute sind, wirklich ein, ja, revolutionäres Thema des Ganzen. Was ich aber noch sagen muss, ist, dass der zweite Teil, nee, das Remake viel, viel besser ist, weil im ersten Teil, die deutsche Synchro driftet teilweise in Blödelei aus. Also wirklich, es ist teilweise eine Blödel-Synchro und das für den Film, das ist so ein bisschen unpassend. Man wird da immer so ein bisschen wieder rausgeschmissen, wenn man sich die Synchro anhört. Ich trinke nochmal einen Schluck, weil mein Mund ist ein bisschen fuselig. Das Remake, ich glaub, aus dem Jahre 2010, da dachte ich zuerst, na, das wird nichts. Als ich die ersten Szenen gesehen habe, ach nee, das ist zu amerikanisch, das ist zu neu, weil ich hab das Original gesehen und danach gleich das Remake. Ach nee, 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 das kann nichts werden, aber ich wurde eines Besseren belehrt, weil in dem Film geht's wieder um verletzten Stolz, weil da fährt so eine junge Frau auch in diese einsame Hütte, fährt an der Tankstelle vorbei und ich sag mal, der Tankwart baggert sie ein bisschen an, aber sie zieht ihn dann so ins Lächerliche, weil er benimmt sich auch ein bisschen dämlich. Seine Kumpels lachen ihn aus und dann ist da dieser verletzte Stolz und aufgrund des verletzten Stolzes wird die Frau, glaub ich, auch vergewaltigt. Und in dem Remake gibt's noch eine Person, die das Ganze noch ein bisschen schockierender macht, wo man denkt so, alter, ich will jetzt nicht spoilern, aber ist schon eine harte Nummer. Und die Hauptdarstellerin, wie heißt sie? Sarah Butler, top. Sie spielt dieses Opfer wirklich grandios, wirklich grandios. Es gibt auch eine Szene, wo sie nackt und total paralysiert durch die Gegend läuft, da denken wir auch so, alter, wie kann man das spielen? Das ist wirklich großartig, wirklich eine großartige Nummer. Und bei dem Film ist das Tolle, was ihr angetan wird, spiegelt sich in der Rache wieder. Sie bringt ihre Peiniger auch um und alles, was ihr von den Leuten angetan wurde. Der eine ist der Voyeur mit der Kamera, der andere ist, ich sag's mal lieber nicht, also zumindest, wie sie gepeinigt wurde, so bringt sie ihre Täter auch um, die dann wiederum zu Opfern werden. Und es ist wirklich großartig gespielt, es ist eine großartige Killzinn dabei und so schockierend, wie der Film auch ist. Ich will das Thema nicht glorifizieren, nur man denkt sich so, geil, als die Frau sich rächt, geil. Genau, bring ihn um, auf die bestialischste Art und Weise, die dir zur Verfügung steht. Und sie macht das auch. Und ja, der Film ist einfach, also top. Also wirklich in Sachen Horrorfilm, beziehungsweise ist es auch ein Horrorfilm, also dieser Rape and Revenge Sache hier, ist das also ein Meilenstein, ein Highlight. Aber dann kam der zweite Teil, den ich am Tag danach gesehen habe und da geht's um ein Model, was umsonst Bilder haben möchte von irgendeiner dubiosen Firma. Sie will sich aber nicht nackt ausziehen und dann wird sie zu Hause vergewaltigt von einem Typen. Und okay, der zweite Teil hat nicht mehr so dieses Flair, er hat nicht mehr die guten Darsteller, er hat nicht mehr so gute Ideen. Dann wird sie verschleppt, dann kommen noch wieder ein, zwei Twists und ja, das war's dann im Großen und Ganzen. Also kommt definitiv nicht an das Original, beziehungsweise auch ans Remake ran. Der zweite Teil lässt wirklich um Längen in meinen Augen nach in dieser Reihe und ich hoffe inständig, ich hoffe inständig, dass das jetzt nicht tot gedudelt wird, dass I Spit on Your Grave 3, 4, 5 und 6 auch noch kommen und es wird immer schlechter, weil man sollte in meinen Augen dieses Rape und Revenge Thema nicht totdudeln, weil es ist ein schockierendes Thema, es ist ein schlimmes Thema und es gibt einen guten Film und man braucht jetzt keine Reihe, nur um nochmal irgendwie ein bisschen Geld in die Kasse zu spielen. Man sollte das ganze Thema jetzt einfach sein lassen, finde ich. Hat man so am zweiten Teil schon gesehen. Ich trinke nochmal und dann kommt wirklich also ein Film, ja, den ich jetzt kaum beschreiben kann. Es ist... Es Serbian Film. Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich war, als ich den Film gesehen habe, sehr müde und bin einmal dabei eingeschlafen und dann wacht man wieder auf und dann sieht man einen Serbian Film, da kommt man echt ein bisschen mies drauf. Ich habe dann zurückgespult, ich glaube, ich muss eine halbe Stunde zurückspulen, weil ich eine halbe Stunde wegpenn war. Naja, der Regisseur, wie heißt er denn? Sridjan Spas... Ne, Spasujewicz. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Der hat gesagt, er wollte durch den Film dieses kriegsgebeutelte Serbien wieder resensibilisieren, was auch immer er damit meint, weil wenn man diese Szenen von Serbian Film sieht, würde ich mal behaupten, dass man niemanden resensibilisieren kann für irgendwas. Man ekelt die Leute eigentlich mehr. Ich bin ja jetzt natürlich kein Serbe und ich kann nicht mitreden, wie das ist, diesen Krieg miterlebt zu haben, der damals in den 90ern war und ich weiß jetzt auch nicht, wie es ist, in dem Nachkrieg Serbien zu leben. Wie gerade die Stimmung in Serbien ist, weiß ich natürlich nicht, aber wenn etwas wie Serbian Film kommt, der wiederum auch Serbien im Titel mit drin hat, hat das doch schon irgendwas mit dem Land zu tun und ich bin nicht in der Lage, mir jetzt da überhaupt eine Meinung drüber zu bilden. Nur muss ich sagen, man kann das rein metaphorisch auch betrachten, weil dieser Milos, der Hauptdarsteller, also ich sage jetzt mal, worum es geht. Ein alterner Pornostar, der halbwegs pleite ist und aber trotzdem ein zufriedenes Leben mit, ich glaube, seinem Sohn oder ist es seine Tochter, weil ich dachte die ganze Zeit, das wäre sein Sohn, aber hier hinten steht drauf, er stellt Geldnöten, nimmt den Auftrag, Akteur, hier steht irgendwie was mit seiner Tochter drauf, mit seiner Frau und seiner Tochter, aber ich dachte immer, das wäre ein Sohn. Lass es eine Tochter sein. Lebt er eigentlich ein glückliches Leben. Dann kommt aber dieser, wie heißt er nochmal, Wagner, ich habe es vergessen, wie der heißt. Zumindest kommt dann irgendwie so ein Pornoproduzent auf ihn zu und sagt, ich will dich für einen Film haben, das wird ganz großes Kino, wir revolutionieren den Pornofilm und du bekommst eine richtig übelstmäßig geile Stange Geld. Er sagt dann zuerst, ja okay, mache ich, Geld ist immer gut, ich will aber wissen, worum es geht. Nein, du wirst es nicht erfahren. Du wirst in die Situation reingeschmissen und musst dann nach dieser Situation handeln. Man weiß ja halbwegs, was in einem Serbian-Film vorkommt. Und wenn man es aber rein metaphorisch betrachtet, ist, wenn es um den Krieg geht, könnte man so sagen, vielleicht irre ich mich da komplett und ich interpretiere irgendwas in eine Situation rein, in der ja jetzt gar nichts rein zu interpretieren ist, dass dieser Milos sozusagen der einfache Bürger ist, der in diesen Krieg reingezogen wird und durch irgendwelche Akteure zum Täter wird. Also er ist eigentlich ein ganz normaler Mensch, der trotzdem schreckliche Dinge macht, obwohl er es gar nicht will, weil er in diese Situation mit reingeschleudert wird. Dieser, wie heißt er nochmal, Wagner, ich habe es mir hier aufgeschrieben, ich kann mal es schriftlich lesen, Wugnir, Wugnir, Wagner, Werknir, zumindest der Produzent ist dann wiederum die Politik, beziehungsweise der Krieg an sich, der auf das menschliche Wesen nicht viel Wert legt, sondern einfach die ganze Menschenwürde außer Acht lässt und einfach zielorientiert, also so fixiert ans Ziel kommen möchte. Dann gibt es da aber noch diesen komischen anderen Typen, der zum Schluss nochmal in Szene gesetzt wird, sage ich mal. Das war der, glaube ich, der aus dem Haus rauskam von dem Pornoproduzenten, als Milos reingegangen ist, der mit seinen zwei Bodyguards. Der kommt ja zum Schluss auch nochmal in der Schlussszene vor. Das ist sozusagen die Wirtschaft, also diejenigen, die den Krieg sponsern, die die Fäden im Hintergrund ziehen, die eigentlich ein ganz eigenes Ziel verfolgen, nicht das Ziel, welches der Krieg vorgibt zu haben, sondern ein ganz anderes Ziel vor Augen hat, was eigentlich noch gar nicht ersichtlich ist. Liege ich da jetzt komplett falsch? Also wenn man es metaphorisch betrachten möchte, wäre das so meine eigene Interpretation des Ganzen. Ich muss nochmal kurz was lesen. Ja, das war es eigentlich so im Großen und Ganzen. Ich habe mir noch einen Satz aufgeschrieben. Im Krieg, im Kassen. Genau. Also, ja. Das war jetzt so mein Statement zu A Serbian Film. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war zwar schockiert von dem, was da passiert, nur ist der Film so gut in Szene gesetzt, dass ich wirklich Lust hatte, auf eine Art und Weise weiterzugucken. Der Film ist, also besticht wirklich durch ein wunderbares Bild. Die Szenen sind auch gut inszeniert. Aber ich habe mir die ganze Zeit gedacht, warum? Machen die das? Muss man das zeigen? Resensibilisieren? Wer wird hier resensibilisiert? Ich nicht. Also ich bin da wirklich hin und her gerissen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, A Serbian Film ist ein Film, der wirklich im Gedächtnis bleibt. Ich habe tagelang danach noch überlegt, was soll das? Warum? Warum ist das so? Eventuell will der Film auch irgendwelche, entweder will der Film nur verstören, was er auf jeden Fall schafft, oder der Film will wirklich eine Botschaft vermitteln, die ich gerade versuche zu entschlüsseln. Aber, naja, vielleicht mache ich mir auch nur Gedanken drum. Und es stimmt alles gar nicht, was ich denke. Viele sagen natürlich auch, A Serbian Film, guck dir den Scheiß nicht an, das ist das schlechteste Film überhaupt. Was er zeigt, das will doch keiner sehen. Wirklich, die Perversion wird durch A Serbian Film auf ein komplett neues Level gehoben. Komplett neu. Ja, ihr merkt schon vielleicht, ich bin da wirklich hin und her gerissen, was ich zu dem Film sagen soll. Ich glaube, ich habe schon genug geredet. Komme ich gleich mal zum nächsten Film. Es ist ein leichtes Thema, ein leichter Film, den ich mir gestern angeguckt habe, weil ich konnte einfach nach A Spit on Your Grave und das Serbian Film auch gar keine schwere Kost mehr haben. Habe ich jetzt erst mal die Schnauze voll von. Es ist Auf dem Highway ist die Hölle los. Ich sage mal, der Kultfilm meiner Kindheit. Es geht um das Cannonball Rennen, wo einfach ein Haufen Idioten mit egal welchem Auto und egal mit welchem Kostüm, weil die überlegen sich, wie kommen wir schnellstmöglich ans Ziel. Ein paar sind Priester. Das sind Sammy Davis Jr. und Dean Martin. Die anderen beiden fahren mit dem Krankenwagen. Da gibt es noch, wie heißt der, nicht Richard Moore, wie heißt der nochmal, Roger Moore und so weiter und so fort. Da gibt es diese beiden, ich sage mal, Frauen, von der eine auch Babu, Adrian Babu ist mit ihren Brüsten und sie kommen durch jede Polizeikontrolle. Also es geht darum, ein Rennen 3000 Meilen nach Kalifornien wird gestartet und du musst einfach rasen, um ans Ziel zu kommen und ja, das ist es eigentlich so. Eine Actionkomödie aus den 80ern, die wirklich immer noch gut klappt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ein bisschen draußen, weil ich mir jetzt Gedanken um einen Serbian Film mache. Also ich kann es nur empfehlen, das Bild auf der Blu-Ray ist sehr gut, gefällt mir, der Film macht immer noch Spaß. Am heutigen Level gemessen ist er vielleicht sogar ein bisschen ruhig, muss man ganz ehrlich sagen, weil heute geht immer alles Schlag auf Schlag, zack, zack, zack und der Film lässt sich ein bisschen Zeit, zuerst die Charaktere zu beschreiben, dann geht das Rennen los, das Rennen ist relativ kurz, das beinhaltet glaube ich nur so eine halbe bis dreiviertel Stunde vom ganzen Film und dann noch das Ende und dann ist auch Schluss. Also eigentlich eine nette Aneinanderreihung von witzigen Szenen, mehr ist der Film eigentlich nicht. Dann habe ich danach noch gesehen, habe ich mir dazu eigentlich irgendwas aufgeschrieben, ah ja, Foxy Brown. Zum Glück habe ich nicht Jackie Brown gesagt, weil ich habe die ganze Zeit Jackie Brown im Kopf gehabt und ich habe mich auf Jackie Brown aufgeschrieben, aber es ist Foxy Brown. Auch eigentlich ein Film, der mit Pam Greer steht und fällt, weil der Film ist auf Pam Greer zugeschnitten und auf die Attribute, die Pam Greer auf die Leinwand mitbringt und das ist ihr wunderhübsches weibliches Äußeres. Ihr seht es ja auch, ich meine, ja, das mehr muss man eigentlich gar nicht sagen zu Foxy Brown, außer dass man auf die nächste Szene hofft, wo Pam Greer wieder ihre Brüste ins Bild hält. Ja, das ist es eigentlich. Also es geht darum, dass Foxy Brown einen Bruder hat und der Bruder ist so ein Kleinkrimineller, der dealt mit Kokain und wird dann irgendwie von oder soll von irgendwelchen Syndikatsschlägern zusammengeschlagen werden. Foxy Brown nimmt ihn dann zu Hause auf, du kannst dich hier erstmal verstecken, blabliblub. Nebenbei erfährt man noch, dass sie einen Freund hat, der gerade im Krankenhaus liegt und der eine Gesichts-OP hinter sich hat. Er sieht komplett anders aus, seine Mutter wird ihn nicht mal mehr wiedererkennen, weil er ist nämlich FBI-Agent und ist in diesem Syndikat, hat er sich eingeschleust und hatte komplett alle Beweise, die das Syndikat dann zerstören könnte. Problem war, der Staatsanwalt und der Richter wurden vom Syndikat gekauft und alle wurden freigesprochen. Er musste sich also Zeugenschutzprogramm mäßig einen neuen Namen zulegen und wurde gleich umoperiert. Naja, kam dann aus dem Krankenhaus. Dummerweise hat der Bruder von Foxy Brown dann irgendwie so einen Verdacht gehabt, Mensch, das ist der doch, das ist der doch. Hat so einen Zeitungsaufschnitt mit hinzugezogen, hat so ein bisschen die Nase umgemalt und hat, oh, das ist er. Und um seinen Arsch zu retten, weil er schuldet dem Syndikat nämlich 2000 Dollar, hat er den Freund seiner Schwester verraten. Der Freund wird also umgebracht und dann geht der Rachefeldzug los. Foxy Brown schleust sich ins Syndikat ein und bringt alle um. Fast alle. Und naja, der Film ist halt, ja, ist halt die Königsklasse des Blacksploitation Kinos. Also es ist Foxy Brown, ich meine, wer hat was gegen Foxy Brown? Wer hat was gegen Pam Grier? Also Pam Grier ist, also Pam Grier, die Pam, die Pam Grier. Ja, also es war ein schönes Erlebnis, den Film zu sehen. Nicht so von der Geschichte, sondern eigentlich, weil es Pam Grier ist, also Pam Grier, Pam Grier. Und ich muss jetzt mehr Pam-Grier-Filme haben. Macht wirklich Spaß, der Frau zuzusehen. Okay, ein paar nette Kills waren auch dabei und so ein paar nette Ideen, wo sich zum Beispiel den Typen mit dem Rotor von dem Flugzeug niedermäht, war doch irgendwie schon ganz hübsch anzugucken. Aber ja, ich wundere mich trotzdem, dass der Film ab 18 ist. Vielleicht wegen den ganzen Sex-Szenen und der Film wurde lange Zeit nicht mehr geprüft, ich weiß es nicht. Also ein paar Sex-Szenen sind schon dabei. So die erste Szene auch so, wo Foxy Brown aufsteht, sie wird vom Bruder angerufen, na, so, ey Mann, du musst mir helfen, ich werde hier gleich zusammengeschlagen. Ja, okay, ich komme. Sie hat so ihr Nachthemd an, steht vor der Kamera, zieht ihr Nachthemd aus, man sieht ihre Brüste, geht kurz aus dem Bild, kommt wieder ins Bild rein, hat sie ein BH an. Wo ich mir denke, so, hat sie aber schnell geschafft. Nochmal zurückspulen, Brüste gucken. Also die Brüste von Pam Greer sind, also wirklich, die, heutzutage würde man die versichern lassen. Also wirklich Königsklasse-Brüste. Gut, dann habe ich noch einen Film gesehen und dann ist auch Schluss. Den zweiten Teil von Lone Wolf and Cup mit dem Titel Der Wind des Todes. Klar, Quatsch, am Totenfluss. Ähm, der erste Teil, ähm, da wurden ja so die Charaktere eingeführt, die Geschichte von, äh, diesem, äh, wie heißt er, Okami, Ogami, äh, Samurai, Bushido, Ogami. Ito Ogami. Im ersten Teil wurde ja noch seine Geschichte so ein bisschen beleuchtet, was wegen er zu diesem Lone Wolf, zu diesem Mann ohne Ehre wurde, warum wird er zum Mörder? Und im zweiten Teil, da geht das schon wirklich von 0 auf 100 gleich los. Also, im ersten Teil waren die Kills noch am Ende und hier ziehen die sich durch den ganzen Film. Richtig geile, kreative Kills, natürlich auch alles im Rahmen der Möglichkeiten, was die 70er zu bieten hat. Ich meine, der Film ist von 72, aber hat trotzdem wunderbare Kills zu bieten. Ähm, die Geschichte ist ein bisschen, äh, ich habe auch nicht so aufgepasst, weil das gestern der dritte Film war, den ich gesehen habe und das war spät nachts. Es geht darum, dass dieser Ogami angeheuert wird, einen Mord zu vollüben, äh, vollziehen. Von einem Dorf, das das Patent auf eine Farbe hat, äh, auf irgendwie so ein Indigo, auf irgendwie so ein Blau. Äh, aber das Shogunat, ähm, irgendwie haben die Bauern eine Revolte gemacht und einer, der, der Oberbauer dieses Indigo, dieser Farbe, der auch den, äh, Färbeprozess kennt, ähm, wird oder soll zum Shogunat überführt werden, damit die das Monopol an sich reißen können. So eine ganz komische Geschichte irgendwie. Und, ähm, um den Typen zu eskortieren, gibt es drei Brüder. Die drei, ich hau dir mal der auf die Schnauze, Brüder. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Das sind solche Superkämpfer. Einer hat so eine Kralle, ne? Das ist hier Kralle. Und, äh, einer hat so, äh, Iron Fist-mäßige Iron Fists. So, so komische Lederhandschuhe mit so Noppen und er kann alle da so richtig übelst in die Fresse hauen. Und der andere hat einen Knüppel. Also Knüppel, Faust und Kralle. Ne, also Keule. Keule, Kralle und, äh, Faust machen sich auf den Weg und wollen den Typen so eskortieren. Aber, dieser Ogami, ne? Hat er was dagegen und will den Typen dann umbringen. Und, ähm, es geht nicht so unbedingt um die Geschichte. Es geht mehr darum, wie er sie inszeniert. Und das ist wunderbar. Also die Kills sind wirklich toll. Ähm, gut ist auch noch, äh, die Bildsprache, natürlich. Es wird ein wenig viel geredet. Und, äh, man muss Untertitel anmachen. Es ist halt original mit Untertiteln. Da hatte ich gestern so meine Schwierigkeiten. Weil, wie gesagt, ich hab zuerst, ähm, auf dem Highways die Hölle losgeguckt. Dann noch, äh, Foxy Brown. Und dann auch noch, äh, original mit Untertiteln so ein Film. Hat aber alles ganz gut funktioniert. Deswegen konnte ich die Geschichte wahrscheinlich gerade auch nicht so gut rüberbringen. Weil ich glaube auch streckenweise gar nicht mehr gelesen hab. Und einfach nur geguckt hab, was da passiert. Aber es macht wirklich Spaß. Und langsam macht der Lüttel, hier, Stöpsel. Ich weiß gar nicht, wie sein, wie sein Sohn heißt. Irgendwas mit D. Der immer in dem Kinderwagen sitzt. Ähm, der macht langsam auch mit. Der wird ein bisschen aktiver. Im ersten Teil, äh, hat er noch nicht so viel gemacht. Und jetzt, ha, da löst er selber Waffen in seinem Kinderwagen aus. Weil das ist ein Kinderwagen, so aus Holz, aus Bambus, voller Waffen. Und, ah, guckt ihn euch selber mal an. Es ist wirklich sehr toll. Ähm, sehr, äh, gorig, der ganze Film. Und macht einfach nur Spaß. So, wo bin ich? Bei 40 Minuten leckt mich am Arsch. Ich wollte es ein bisschen kürzer halten, weil ich die ganze Ficke ja noch irgendwo hochladen muss. Hab ich Ficke gesagt? Tut mir leid. Ähm, ja. Das soll es erstmal so gewesen sein. Sagt mir doch einfach mal, wie ihr das neue Layout findet. Ähm, ob ich da noch irgendwas verbessern kann. Ob da noch irgendwas verbessert werden muss. Findet ihr es besser als das alte Layout? Ähm, mir gefällt es wirklich sehr gut. Alleine, weil es irgendwie so eine Frische in den Wams reinbringt, die noch nie da gewesen ist. Ich mach das jetzt ja schon 42 Wochen lang, die ganze Scheiße hier. Und ich finde, so ein bisschen frischer Wind tut im Ganzen ganz gut. Aber trotzdem lasst gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr einen Daumen habt. Ansonsten, äh, guckt auf meine, ja, Facebook-Seite. Da ist auch in letzter Zeit nicht wirklich viel passiert. Deswegen lasst das lieber sein. Ansonsten, ja, ihr habt ja nichts davon. Ja, nischt. Äh, aber trotzdem sagt mir über dieses Layout mal, eure Meinung würde mich mal wirklich interessieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend, wann auch immer ihr das seht. Vielleicht auch erst Montag. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ach komm, ich wünsche euch ein schönes Leben, Leute. Man weiß ja nicht, wann man sich wieder sieht, ne? Man weiß es ja nicht. Tschüss. Mach ich so. Tschüss. Ah.